hallo hallo herzlich willkommen zu meinem heutigen video heute in diesem video zeige ich euch wie ich meine perlenarmbänder angefertigt habe du hast hier verschiedene möglichkeiten bzw ich habe hier eben verschiedene möglichkeiten genutzt und zwar einmal eben hier mit so einem verschluss wie das funktioniert werde ich euch dann gleich zeigen dann gibt es noch diese möglichkeit man muss das eben hier auch nicht knüpfen kann man aber werde ich euch auch zeigen wie das funktioniert wie dieser verschluss funktioniert das könnt ihr euch in einem separaten video ansehen also eben der ist in der größe verstellbar und dann hier die dritte variante dass sie es einfach nur ein gummiband wo ich die perlen aufgefiedelt habe das bekommt ihr aber ganz gut ohne mich hin welche dieser drei varianten ihr macht ist nur vom persönlichen geschmackabhängig ich habe für meine armbänder hauptsächlich diese dunklen perlen verwendet das sind lava perlen und die haben eben die eigenschaft dass sie dürfte aufnehmen können das heißt du kannst hier deinen lieblings duft hinauf geben und so hast du ein duftarmband ich gebe hier immer ätherische öle drauf aber du kannst natürlich zum beispiel auch dein lieblings puffer hinauf geben als erstes machen wir jetzt dieses armband eben mit diesem verschluss das heißt du brauchst so einen verschluss dann brauchst du einen so einen verbindungsring dann brauchst du entweder quetschperlen oder solche quetschröllchen diese perlen und die röllchen unterscheiden sich nur dadurch dass die perlen immer rund und diese röllchen eben länglich sind dann brauchst du eine zange zum zusammenzwicken dann habe ich hier einen perlon faden kannst auch einen draht verwenden oder anderes material ich mag die eigentlich ganz gern und dann benötigst du noch perlen deiner wahl ich gebe jetzt hier auf meine perlonschnur aber du kannst sie sehen eine quetschperle oder ebenso ein röllchen drauf ich nehme jetzt so ein röllchen und fiedel die hier so drauf und auf der einen seite eben den verschluss und auf der anderen seite so einen verbindungsring aber jetzt machen wir mal diese seite dann fiedel ich eben diesen verschluss hier drauf und das endstück bringe ich jetzt noch mal durch meine quetschperle durch jetzt habe ich hier so eine schlinge sozusagen dieses endstück darf ruhig ein zwei zentimeter lang sein dann schiebe ich das ganze hier zu dem verschluss ran und nun drücke ich dieses röhrchen mit meiner zange zusammen eben achte darauf dass es nah am verschluss ist einfach nur fest zusammendrücken kontrollieren ob es auch wirklich haltet und gut zusammengedrückt ist und nun kannst du schon beginnen deine perlen aufzufädeln dieses endstück eben verstecke ich hier in dieser perle einfach jetzt nach belieben eventuell auch unterschiedliche farben und größen von perlen beziehungsweise gibt es auch solche zwischenstücke die man einarbeiten kann je nachdem was dir gefällt einfach vorher deinen handumfang messen dann weißt du auch wie viele perlen du hier auffädeln musst einfach das ganze hier abmessen bei mir weiß ich aus erfahrung bereits dass 20 kerlen ausreichend sind also so 20 22 ich habe ein relativ schmales handgelenk aber einfach eben abmessen so nun bringe ich eben wieder so eine quetsch perle drauf nun so einen ring so einen verbindungsring und gehe eben mit dem endstück auch hier wieder durch durch diese quetsch perle und dieses endstück fiedle ich jetzt eben auch durch 23 perlen noch durch und nun so anziehen an dem ganzen dass sich eben dieser ring hier herunter zieht schau dass das ganze eng auch ist und hier nicht zu locker ist und nun wieder eben diese quetsch perle zusammendrücken das endstück abschneiden und nun kannst du bereits deinen duft drauf geben und fertig ist dein armband also du siehst es ist auch wirklich ganz ganz schnell gemacht und es ist sehr einfach in der herstellung jetzt zeige ich euch eben noch diese variante hier habe ich einfach mehrere knoten dazwischen gearbeitet also um genau zu sein drei und hier habe ich immer nur zwei gearbeitet also einen links und einen rechts knoten und wie das eben funktioniert das zeige ich euch jetzt hier habe ich eben ein mikrokord verwendet du kannst aber auch zum beispiel ein nylon kord verarbeiten du könntest auch baumwolle oder andere materialien eben verarbeiten ich habe hier jetzt ein paracord mikrokord in dem fall und habe hier einen meter 10 herunter geschnitten und eben zur hälfte genommen also du brauchst ja jetzt eben nicht besonders viel material dann habe ich hier eben auf diese mittelschnur meine perlen aufgefädelt also einfach nur auf eine schnur diese perlen auffiedeln ich habe hier jetzt bei dieser schnur 45 cm ist gar nicht notwendig also es reicht auch wenn du 35 bis 40 cm nimmst dann befestigst du einfach eben diese schnur entweder auf deiner tischplatte oder so wie ich hier einfach mit einem klebestreifen und dann beginnen wir auch schon also ich lege hier mein kord drumherum und mache mal einen ganz normalen knoten einfach nur zum befestigen wenn du den selben verschluss wie ich hier arbeiten möchtest dann lass ihn etwa 10 cm kord hier als endstück also im endeffekt arbeiten wir hier jetzt einfach einen kreuzknoten der auch bekannt ist aus dem makramee bereich hier habe ich am anfang mehrere gearbeitet hier habe ich keinen gearbeitet das macht man einfach oder entscheidet man einfach danach was einem besser gefällt also der kreuzknoten du gehst mit deinem linken kord hier über dieses mittelkord auf die rechte seite dann mit dem rechten kord unter dem mittelkord also diesem mittelstrang wo wir die perlen aufgefiedelt haben auf die linke seite hier in dieser schlinge heraus und das ganze festziehen nun machen wir das ganze von der anderen seite also ich beginne nicht von links sondern von der rechten seite also ich lege mein rechtes kord auf die linke seite über diesen mittelkord drüber dann nehme ich mein linkes kord gehe hier unter diesem mittelstrang durch und komme auf der rechten seite in dieser schlaufe heraus und das ganze wieder festziehen das ist eben der sogenannte kreuzknoten und wird eben im makramee bereich sehr häufig verwendet und auch ich habe ihn euch schon bei mehreren projekten gezeigt und das wechselt sich jetzt immer ab also einmal von der linken seite und einmal von der rechten seite das ist eben dann der kreuzknoten also er besteht aus zwei teilen sozusagen also wieder lege ich das linke kord über das mittelkord auf die rechte seite dann das rechte kord und den mittelstrang durch und auf der linken seite in dieser schlaufe heraus und dann das ganze zusammenziehen dann wieder von der rechten seite du weißt übrigens auf welcher seite du knüpfen musst wenn du dieses bäuchlein also diesen knoten hier siehst auf dieser seite musst du gerade arbeiten also nachdem der jetzt eben auf dieser seite ist muss ich auf dieser seite arbeiten also von rechts rechtes kord auf die linke seite bringen linkes kord unter mittelkord durch und bei der schlaufe auf der rechten seite heraus und dann das ganze zusammenziehen jetzt ist dieses knötchen bäuchlein wie auch immer man es bezeichnen möchte auf der linken seite das heißt ich müsste jetzt wieder von links beginnen hier den linken faden drüber ich werde aber jetzt keine weiteren knoten arbeiten sondern eben beginnen die perlen einzug arbeiten schiebe ich mir jetzt in eine perle einfach hoch und arbeite jetzt erst diesen knoten eben wieder von links ziehe das hier zusammen dann von rechts also ich arbeite wieder einen kreuzknoten und du könntest hier jetzt eben noch einen weiteren arbeiten oder auch 2-3 weitere je nachdem was dir gefällt also ich entscheide mich jetzt dafür dass ich immer nur einen kreuzknoten arbeite also einmal von links und einmal von rechts nehme meine weitere perle und arbeite wieder meinen kreuzknoten einmal von der linken seite einmal von der rechten seite immer gut festziehen dann die nächste perle hoch schieben und wieder ein kreuzknoten und das eben wiederholen also du siehst auch das ist eine sehr einfache variante um ein armband herzustellen und das war es somit auch wie du eben diesen verschluss arbeitest also eben das hier sind diese mittelstränge hier habe ich am anfang und am ende eine perle befestigt und eben hier diese beiden kurz nebeneinander gelegt und hier ebenso einen kreuzknoten gearbeitet aber eben wenn du dir das genauer ansehen möchtest dazu gibt es ein separates video ja ich hoffe es hat den ein oder anderen inspiriert und es hat euch geholfen wenn es dir gefallen hat dann gib mir bitte gerne einen Daumen nach oben abonnier kostenlos meinen Kanal und empfehle mich deinen Freunden weiter wer möchte kann gerne seine fertigen Werke in unserer Facebook-Gruppe zeigen die heißt Nile C. Wollige und andere Kreativlinge ich bedanke mich fürs zusehen tschüss eure Nile